Wenn du das hier siehst, verschwendest du hier vielleicht nur Zeit oder versuchst dich abzulenken. Ich weiß nicht, wonach du suchst. Ich weiß nicht einmal, wie du dazu gekommen bist, dir dieses Video anzuschauen. Aber ich möchte, dass du zwei Dinge weißt. Erstens, wir haben einen Schöpfergott, der dich liebt, der sich um dich sorgt und der sich innig um alles kümmert, was in deinem Leben vor sich geht. Und zweitens, wenn diese Aussage noch mehr Fragen aufwirft, wenn sie dich verwirrt oder sogar verbittert und wütend macht, dann ist das in Ordnung. Der Link in diesem Video ermöglicht es dir, dich mit jemandem in Verbindung zu setzen, der bereit ist, mit dir in Kontakt zu treten und dir zu erklären, was das für dein Leben bedeutet und der dich auf die große Hoffnung hinweist, von der wir glauben, dass sie nur in Jesus Christus als unserem persönlichen Erlöser zu finden ist. Also, vielleicht solltest du aufhören, mir zuzuhören, dir einen Moment Zeit nehmen, auf den Link klicken und uns erzählen, was in deinem Leben gerade vor sich geht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020